Und hier sind wir bei der zweiten Folge von GTR San Andreas Und ja, das ist wieder Multiplayer Das sieht man auch in der Videobeschreibung als LPT Und deswegen ist hier noch der Jane erneut Und der DJ Scherzo ist hier noch Flugzeug Ja, der Flugzeugspezialist hier und der Oscar Der die ganze Zeit irgendetwas anderes macht Und die Aufnahmen nur stört What? Ja, aber erstmal Hallo? Noch vielleicht erstmal die Erklärung Also von dem Witz nochmal Die Lösung ist Die Gasrechnung macht Hitler angst Ja, so wer das jetzt richtig hatte Kriegt einen kleinen Ort Ja, okay, der wird dann einfach irgendwann ansetzen Und dann, ja Wer das jetzt nicht versteht Wer das jetzt nicht versteht Wer das jetzt nicht versteht Mit Gasrechnung Der Hitler, der hat ja auch Früher hat er immer so viel gegrillt Und dann braucht er immer so viel Gas Weil da wird dann auch so ein Gasgrill Ist natürlich total verständlich Hat natürlich nichts mit der ganzen Blutvergasung zu tun Auf keinen Fall Weil das hat er ja gar nicht gemacht Ja, ne, also Wir sind ganz brauche Kinder Die nur ein paar Polizisten töten Und GTA spielen? Ja Ja, weiß man, wir sind doch keine Kinder mehr Wir sind doch 16 Wir sind 16 Hä, ich bin, äh, die, die sind schon 16? Ich bin 400 Ja, ich bin, ich bin 24 Ich hab schon, ich hab schon so Mit Kitty? Ja, aber mein Sohn, der, wir können hier rennen Mit X, ne? Weil der, der versteckt immer die Fernsehkarte Und das regt mich Bär aber auch, du Krieg, könnte ich, könnte ich Ich wusste, ich mag nicht Beil durch Ich wollte nicht mit, jetzt bin ich mit Gift Ja, jetzt bin ich jetzt mit Gift Ich hab nichts Ja, deswegen wollte ich jetzt grad sagen Ja, ja, okay, ja Ja, das drückt dann einfach auf Start Und ja, okay, ähm Also, wie, äh, hier sind gerade unbekannte Leute in mein Haus Und wenn die, ähm, ja, weil ein, äh, das Telefon findet gerade ein So, mein kleines, muss, muss ein Problem hat er gerade, oder? Ja, okay, äh, ja, egal, ähm, also, wie im Spiel Hat niemand gemerkt? Nee, komm, zurück Hallo, zurück! Ihr auf Start! Zurück, ich drück die ganze Zeit auf Start, meine Ach, komm schon Ja, jetzt geht's weiter Ja, also, ich vergaß erst mal, das macht mir Spaß Einfach, was Chandler macht Oh, 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 wo wartet mein Mann in die Klinge? Ja, Gas Ähm, ähm, oh, er hat einen Schlagstoff anlassen Ja? Ähm, ich hab einen Schlagstoff Erstmal den Ja, ähm, so, erst mal den So, erst mal den Dann haben wir noch hier einen Bei Chandler gibt das gleich das Lanzang hier Ja, mit Pferdefleisch, also mit Pony, das schmeckt einfach so zu Ähm, ja, warte, meine Mutter ist Ja, meine Mutter ist gerade am Telefon Ja, ähm, Mama Ja, nee, das, dieses Knallen Ja, ne, wir spielen das in Lucchetti Ja, alles klar, ja, ne, was, Gitter, alter, nein Ich bin zu brutal, ich kann kein Blutsehen, ja Ich kann das, das geht bei mir gar nicht, ja Achtung, ich springe, ich springe, ich springe, geh weg Ja, geh weg Ja, geh weg Ja, ich springe, ich springe, da ist, da ist über eine Bombe, ey Ach, das war's Ja, das war's Nein, ich muss schnell noch Ich muss mich markieren Ja, äh, Jander hat jetzt nur sprengen gesagt, weil wir, wir mussten ja auch Zugabatt springen, ja Ja, alles klar, ja Also wir haben einen Minecraft eine Mine gebaut Dann, ja Ja, ja, meine Mama findet aber mein Griff zu total Ach, ja weil man da Zombie töten muss. So. Ja, sch- das soll sich wissen. Oh nee, natürlich ist der Dirk nicht angefangen. Ja, danke. Ja, wir, wir, wir spielen mit der Dirk. Alles klar, tschüss. Dann halt immer's Glück. Steht ganz geil hier. So, ähm. Ich trainier gerade mal ganz kurz weg und dann spreng ich. Willow, Willow. Ähm. Könnt, ich, ich brauch mal ein Auto? Hallo? Auch das? Hier, hier. Komm schon, gib mir ein Auto. Zeit, wie das geht. Oh nein, ich kriege mir auf die Zeit. Oh, leck mich. Hier, kannst du gar nichts. Wir haben noch. Wir sind gut halt, das ist ein Problem. Aber erst mal, wenn wir es in Aufräumen, wie es kommt so Genta. Aufräumen. So, ähm, ich, ich mach jetzt einfach mal, ne? Komm. Hey, sing mal einen Rocksong. Ja, ja, ja. Und Schiff, Siekowski, stand mal rein. Ja, ich mach schon. Hm, du, was dann müssen, ne? War, jetzt der von Katernanaden, so muss das sein. Und dann, ja. Ich kann mal. Ich kann mal. Jetzt kommt der Jane, Junge. Viel Spaß. Ich fahre, ne? Ich fahre, ne? So. So. Hier sind wir beim Fahrschulsimulator. und hier kann man ein bisschen Polizei fahren ich zeig euch mal den am Geisten aus dem Wagen ALTO den am Geisten aus dem Wagen wir fahren natürlich nicht so JANDO na toll natürlich wieder Entschuldigung, ich hol mir mal ne neue Karre Mann, ich ne ganz andere Fahrt Hallo JANDO so, hab ich geschütet ey jetzt machen wir mal kleine Banatis so ich 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 raus da oh oh ich ja ich würde gerne jetzt das mit dem Flugzeug machen oh ja da spiel ich mit Jungen. Ja, wie, 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 wie macht das denn so? Ich bin ganz gestorben, der Luke hat gestorben. Ja, ist ja nicht so egal. Hey, die auf einer läuft noch. Nee, aber dann bitte mit dem Luke auf. Die auf einer läuft auch gar nicht. Doch, natürlich läuft die Aufnahme. Ja, Jake ist ein bisschen. Ja, na gut, Jake ist ein bisschen zerstreut. Ja, du hast keine Lust. Jake? So wie wir, wenn ich, ich bin der Schwarze, ne? Also, der, der anders war. Ja, ich, ich, das immer bei Jake. Ich, ich ruf einen dicken Dübel. Einen dicken Dübel. Einen dicken Dübel in der Hose. Ja, aber, ja. Du meinst, wie es lang geht, ne? Ja, bleib aber kurz stehen, wir brauchen das mal Auto, ja? Ja, okay, ich steig mit eins. Ja, also, klar, kingston. Also, wo, 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 wo. Schönes Autoradio. Und ich glaube, hallo, wieso darf ich nicht schießen? Hallo, das bin ich. Oder nee. Der Name hat keine Freunde. ich dachte du hast gar keine Waffe so ich bin ich bin das Spiel 1 da hast du aber gar nicht gesagt was ist das hier das ist das ist dies hier habe ich nicht was ich sehe ich kann ich kann gerade irgendwie gar nichts mehr machen was ich habe mal ein weißes Wurst wie schlimm das ist ich kann nicht ich kann nicht mehr aufsteigen die sich aussteigen das ist das ist ein gutes St. 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 ich hab doch noch eine Waffe St. 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 Und da kannst du ja mal nicht rufschließen. Kann ich mal! Wieso, wieso kann ich nicht? Ey, was? Das ist so, alter, alter. Chanuka, lass uns jetzt mal... Ja, okay, total geht's einfach nicht. Ich beschwär mich jetzt einfach nicht. So, wir wollen ja auch eine heile Kamera haben. Wir wollen ein heiles Flugzeug haben. Flugzeug, forever! Ne. Flugzeug, forever! Der DJ Scherz so liebt Flugzeuge. Ja. Du willst ja auch mal Helikopter fliegen. Ja, also da werde ich dann... Dein Lebenstraum und mein Lebenstraum ist krankendär, oder die? Was denn auch sagst du mir? So, jetzt bräuchte ich vielleicht mal einen Cheat. Also das habt ihr jetzt nicht gehört, die Cheat natürlich nicht. Ja. Aber ihr dürft das nicht wissen. Ja, also wir brauchen jetzt einen Cheat. Ja. Hallo! Weißt du irgendjemand den Cheat? Ja, wir bräuchten jetzt vielleicht mal... keine Ahnung... Ähm... Man braucht den Controller für das Spiel 1, ne? Ja, warte, 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 warte. Aber das ist... Ja, warte, 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 warte. Ja, warte, 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 warte. Ich... Ich guck grad immer. Du... Ich seh' ich hab' noch dieses komische... Ich hab' noch den Vertrag. Hey, nun, was guckst du denn nicht an? So, ähm... So, ja, äh... Wir müssen hier grad... Der Jay guckt gerade mal auf sein... ...Machtfone... ...Mobiltelefon... 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 So, äh, wir warten jetzt... ...oder mach mir das aus... auch sie müssen jetzt bald wegfahren sonst sonst in der Wand es ist egal, gib uns das mal ein ich kann erst mal erst mal ein dann muss ich aber kurz den ersten Laien haben ich schaff das schon Ja, Jen schaff das nicht Nein, den ist möglich also hier aus dem Internetseite Ja, Mogelpo, Mogelpo forever Mogelpo auch, das wird dann noch eine Rampi Oh! Hey, guck dir! Schleck auf den Stehen, Jeluka, bleib auf den Stehen Schleck auf den Stehen So, hier sind wir schon offen Schleck auf den Stehen 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 So, ähm, was ist das? Mein Internet, das ergibt sich das wirklich Das Internet von der Jante, das Verbesserungsmögliche Verbesserungsmögliche Oh mein Arzt War mal ein Pampupro Äh, nee, wir brauchen jetzt ein JPEG Ja, okay Äh, das gibt's auch so Beispiele, ne JPEG Ja, gut, dann mach das gleich zweimal Okay, aber jetzt, äh, steck, steck, steck aus Ja, was, was, ja, steck erstmal ein Dann steck aus Nein, steck, du es mal einfach mal Ich hab gar keinen Kontroll in der Hand Ja, ich hab gar keinen Kontroll in der Hand Ja, ich hab gar keinen Kontroll in der Hand Ja, steck, du es mal ein Check, du es jetzt mal ein, damit ich auch ausschlecken kann Oh, Alter, steck erstmal auf Ja, Alter, ja, jetzt kann ich nämlich jetzt nicht ausstecken, hab ich jetzt mal Hä, ich kann nicht aussteigen, bist du behindert? Ja, ich weiß nicht, warum, wenn ich aussteigen kann Du bist in der Grunde Was hat Dreieck drücken? Schlaufer Ja, machen wir doch Wust, hm? Ja, puh, den Controller Warte, 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 ich hab die Idee, ich hab die Idee Vielleicht schnell fahren und dann raus Warte, warte, warte Warte, warte Axel-Francis Fuck, das geht nicht Ja, toll Sorry Muss man markieren Kannst du da jetzt auch vielleicht Warte Warte, hier ist es der zweite Ja, okay, einen Moment Kleine Zähne So, und das war's auch schon, ne? Ähm, bitte Hallo Na, komm, komm, komm Ich hab ihn noch reingesteckt Gesteckt Gesteckt? Muss man halt das Ja, sonst Lass uns im nächsten Let's Play vielleicht machen, dass ich der erste Player bin Dann geht das vielleicht Ja, okay, dann Wenn die jetzt einfach mal diese Folge und machen das Offscreen Den ganzen Scheiß und dann Ja, bis zur dritten Folge Ja Äh, tschüssikowski Müsst du denn sich noch irgendwie was verabschieden? Tschüss meine Jane Äh, und Flugzeuge sag ich nur, Flugzeuge Leute, kauft euch Flugzeuge, egal wie teuer sie sind, kauft Flugzeuge, ist tschüss egal Und der Oskar sagt auch tschau Naja, das war jetzt unten nicht, das schneide ich raus Okay, tschüssi